ARD Text im Auftrag von Funk Super Schatten gelegt, Ersprung ist aber auch nicht der einfachste Und ja mal gucken, meistens trifft man Team Jumping ja gar nicht auf Teams Und ich glaube wenn man auf Teams trifft, dann sind die eigentlich ziemlich OP sogar Zumindest meine Erfahrung Aber wir schauen mal Gut, schwerster Part den haben wir hier gerade Ja, so Die Kügelchen sollten auch machbar sein Okay Ja, schon relativ viel Crap So, und wir sind erst da relativ knapp Oh Ja gut, das war Auf jeden Fall so geplant Ähm Eisenachs schonmal Ist schonmal ganz nice Warum falle ich hier runter, Alter So, komm Äh Okay Äh, jetzt rechts aber, ganz ehrlich Das ist Bin ich be- Ey Jetzt mal ohne Witz Das ist einer der Händen, was den Platz überhaupt nicht gerade behindert Gott, ey Und dann sowas, ja Oh mein Gott Ich weiß nicht, was ich hier mache Es tut mir leid, es tut mir so leid Dafür zerstören wir alle im Deathmatch, okay Einverstanden Gut Ich probier's zumindest Okay Bosspanzer Damit haben wir auf jeden Fall schonmal Nette Rüstung Und Steinschmeld haben wir dann auch gleich Okay So Okay Auch gute Sachen Äh Das war Das war richtig dumm von mir Auf den Kisten kann man ja nicht sneaken Sonst würde ich da natürlich Ähm Bis an den Rand sneaken Und von da aus springen Aber Aber selbst so ist der Sprung eigentlich nicht schwer Okay, es kommt ein Es ist ein Abfuckpart Ich glaub das war für mich immer ein Abfuckpart Der Part jetzt Okay Weil der relativ lang ist Äh, das war ein Vierer Okay Den haben wir jetzt geschafft Dann Müssten wir hier rein Und dann haben wir hier eine Kiste Eisenhose, sehr gut Äh Müsst jetzt wieder hoch Tatsächlich Okay Und der Rest sollte jetzt machbar sein Okay, sehr gut Wir haben ein Checkpoint bekommen Ne Das war dumm Kann ich auch hier hin springen Der Leitersprung ist glaub ich relativ schwer immer gewesen Müsst mal gucken Das war den ein bisschen mehr durchspringen So nämlich Okay Okay, Eisenhosepanzer, sehr gut Dann haben wir schon mal eine richtig gute Rüstung jetzt auf jeden Fall Finde ich nett auf jeden Fall Auf jeden Fall, auf jeden Fall Kann ich auch noch zehnmal sagen Übrigens, falls ihr gerade nichts besseres zu tun habt Könnt ihr mir gerne auf Twitter folgen Jetzt hab ich schon ewig lang keine Werbung mehr für gemacht, glaub ich Früher hab ich das jeden Tag gemacht Also jeden Tag in jedem Video halt Immer so gesagt Äh, hier folgt mir auf Twitter und so Ja Wenn ihr euch für mich als Person interessiert Und mal wissen wollt, was so abgeht bei mir Dann Willen wir auf Twitter folgen Facebook mach ich ja aktuell gar nichts mehr Also wirklich bin ich gar nicht mehr Null Auch so nicht Einfach weil es halt todlangweilig geworden ist Finde ich Hm, mach mal das gleiche Aber wenn dann halt auf Twitter Oder auf Ask Könnt ihr mir tolle Fragen stellen oder sowas Da bin ich auch sehr aktiv Das haben wir jetzt auf jeden Fall Ähm Ein sehr gutes Equip hier am Start Mal gucken Der zweite war bei 70% Wir haben einen Bogen hier Oh Gott Es backt Wir haben relativ wenig zu essen Na, es geht Mal gucken Hm, da vorne sieht es schon mal aus wie ein Team Yep Ach komm, mal geh ich gleich mal drauf Gucken Ich hab keine Pfeile, glaub ich Ach, er hat nur ein Holz Die haben beide nur eine Holzachst Aua Ja, die sollte ich auf jeden Fall bekommen Hm Also hauptsächlich Fehlt eine Holzachst wahrscheinlich Beim Steinschel wäre schon kritisch geworden Gehen wir mal auf ihn hier Ach, das ist der eine vom Team wieder Den wir gerade gekillt haben Da ist ein German Let's Play Ja Hä, greif mich an Ich stehe einfach so Halb in mir drin Ah Stirb Okay Oah Jetzt kommt der Typ echt nochmal an Ich glaub, der will ein bisschen Rache Alter Hier ist ein richtiges Gemetzel jetzt Oh, da muss ich aufpassen Da muss ich sehr aufpassen Das ist doch kein Dreierteam, oder? Alter Naja Das fühlt jetzt kritisch Kommt noch ein Hitz Okay, sehr gut Hm, zwei Herzen Anderthalb Oh, Sumo Jump liegt auch richtig Spaß Oh, weia Ich muss die Herzen jetzt hier noch vorringen Okay, gehe ich lieber auf Das ist auch ein Team übrigens Ja, danke Vielleicht nochmal gespawnt Okay, sehr gut Down Oh Gott, ich hab mich richtig erschrocken Vor dem NPC da Ähm Eine Angel hätte ich noch ganz gern Zum Zurückboosten Vor allem gegen Teams Relativ effizient Effektiv war glaub ich das Wort Was ich gesucht hab Nicht effizient Ey Stirb Okay Hinter mir zehn Herzen Deshalb laufe ich da auch erstmal weg Um ein bisschen zu regnen Danke Die kämpfen Die kämpfen Da kann ich jetzt probieren Um abzustorben Okay Erdner, halbes Herz Ein Herz Damage in die Kälte ist übrigens erlaubt Auf Flaminity Okay, das sollte es eigentlich auch für ihn gewesen sein Ja Da kommt einer runtergeflogen Aua Oh, das ist das Team Drei Herzen Dreieinhalb Habe ich Pfeile? Habe ich Ich hab den Regen-Effekt noch Na, das war's mit ihm Und er haut sich selbst in die Spinnenwirbel Sehr gut Und es war auch sein letztes Leben Und dann haben wir hier richtig viele Kills gemacht Sechzehn GG Das war ein krasses Deathmatch auf jeden Fall Die haben glaub ich alle geteamt Mit irgendwem Ich glaub da war fast niemand alleine Also Das war echt krass Wir sind hier tatsächlich mit drei Leben rausgegangen Wow Ich hab doch gesagt, das ist Deathmatch geil Krass, 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 krass Gut, dann würde ich trotzdem sagen Das war's mit der Runde hier Ich hoffe, es hat euch gefallen Und dann würde ich mal sagen Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wie gesagt Guckt mal auf Twitter vorbei Falls euch das interessiert Und wenn ihr schon Getan habt, dann Seid ihr cool Abonnenten Okay, das war ein sehr dummer Satz Okay, bis zum nächsten Mal Tschüss Okay, bis zum nächsten Mal �� Aus Vielen Dank.